Hallo ihr Lieben, hier sind wieder Sammy und Renate mit einem Adventskalender. Und zwar haben wir hier, also offenbar gehört das Sammy, wird gerade markiert, das ist der Brigitte Premium Adventskalender. Wir haben es schon aus der Box rausgenommen. Nee, Sammy und der Schnurr, der Schnurr, ist der so schön der Kalender, kann es aber noch nicht rein. Dann ist hier also ein Neft hier, hier geht es zum Inhalt und hier steht Blittern auf eigene Gefahr. Schauen wir mal nach, was da alles so drin ist. Hat man es sehen können? Ja, ne? Okay, hier unten ist die 1. Die 1, die 1. Okay, ich habe ein Messerchen, vielleicht versuche ich es mal da mit dahin hinein zu kommen. Das ist übrigens ein Messerchen mit einer krummen Spitze, auch schön. Also Sammy, wenn du da reinkommst, ein Teil von Sammy passt offenbar hinein. Und was steht hier? Ach so, wie süß. Also die 1 und hier steht hier hinten drauf. Man kann ankreuzen über, 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 ganz viele über. Morgen ist Weihnachten. Ja, kann man dann wahrscheinlich abstreichen, wann dann wirklich Weihnachten ist. Und hier ist drin, ah, von Nux, Nuxi, Nux, weiß nicht, gute, teure Firma, ein, äh, ein, warte mal, ein, ein, ein Multipurpose Dry Oil. Also ein Trockenöl fürs Gesicht, für den Körper und für die Haare. Toll, ich rieche mal dran. Das ist auf jeden Fall gut. Oh, es ist versiegelt. Ne, dann rieche ich nicht dran. Ich habe noch 2 Trockenöle in Gebrauch. Ja, Schatz, guck, das ist, das ist das Trockenöl. Denk mal da hin. Das ist interessant, ne? Jetzt schauen wir auch mal rein. Es kostet 8,90 Euro, 30 Milliliter, Wille Prodigieuse, auch Französisch. Ach, schatz, da kommst du nicht rein in das kleine Kistchen. Da kommst du wirklich nicht rein. Du bist süß, Mäuschen. Am besten tue ich das einfach wieder da rein, das Leere, ne? Und die 2, das ist die 12, ich meine, hier oben ist die 2. Ich komme wieder mit einem Messerchen. Ja, beschwer dich mal, Schatz, hm? Sammy. You're never too old to believe in magic. Das ist wahr. Du bist nie zu alt, um an Magie zu träumen. Ah, Sammys Lieblings, Lieblingsleckerli. Und hier ist eine Pfeile. Eine Pfeile. Tatsächlich. Von Kanal. Qualität, die bleibt. Eine gelbe. Glas-Kristallpfeile, denke ich mal. Oh, mein Stuhl quietscht, das tut mir leid. Eine von verschiedensten Farben. Die kostet 9,90 Euro. Ja. Von Kanal Instrumente.at. Und 10 Euro plus Versandkostengeschenk. Geschenkt. Gutschein. Mit dem Code CABB. Okay. Wieder ran. Und jetzt die 3. Falls jemand die 3 schon gesehen haben sollte, möge er sich bei mir melden. Na? Na? Alle gucken. Gleich hat der Sammys bestimmt als Erster. Da ist die 4. Das ist schön. Ja. An dem Herz. An dem Herz. Danke. Von mir aus das untere Herz. Und hier steht. Langsam könnte man über Glühwein nachdenken. Also ich denke eigentlich nie über Glühwein nach. Egal. Das ist Oskar Handcreme. Erlebe frisch würzige Muskatnoten und belebendes Zitronengras. Inspiriert von Südostasien. Hab nie gehört. Ja. Riecht ein bisschen herrmännlich. Also auch was für dich. Herr des Hauses. Muss ich noch nachschauen, was es damit auf sich hat. Ich hole die 4 aber schon mal raus. Wenn sie so schön. Da liegt die 3. Die 3 kostet 13,50 Euro. Für 50 Milliliter. Und auch hier gibt es einen Rabatt für Oskar Handcreme. Mit dem Code BrigitteBox2020 in dem Online-Shop von Oskar.de. Oskar.care heißt die. Ja. Handcreme. Schön. Dann haben wir von Avene Eau Thermal. Das habe ich auch gerade oben eben noch benutzt. Also es ist so. Ich muss mich jetzt mal kurz abtupfen. Weil. Naja. Ich habe zur Zeit immer noch wahnsinnig Schmerzen. Und wenn ich dagegen arbeite. Zum Beispiel indem ich so sitze. Dann kriege ich Schweißausbrüche. Weil es einfach so weh tut. Deshalb tupfe ich mich jetzt mal kurz ab. Augenblick. Bin gleich wieder da. Tja. Tut mir leid. Da bin ich wieder. So ist das eben. So ist das Leben. Dann sag ich noch was zu dem Thermalwasser. Ich dachte ich erkläre es mal. Sonst denkt ihr auch. Ist doch gar nicht mehr so heiß. Ne. Das kommt alles aus mir raus. So. Also das kostet 2,88 Euro für 50 Milliliter. Und ist wirklich super. Superschön. Pfft. Nach der Reinigung oder zwischendurch. Frische für unterwegs. Hautberuhigend. Entzündungshemmend. Reiz lindern. Alles. So. Das war die 4. Eben hatte ich doch die 5 schon gesehen. Sammy am Kratzbaum. Die 5. Sammy magst du nicht mehr? Endlich Kuschelwetter. Und was haben wir hier? Ah. Seba mit Pro. Vital Serum. Das ist was für meine Schwester. Denn die verträgt ja nur überhaupt 2 Sorten. Äh. Kosmetik. Das ist Seba mit. Und. Das andere. Aus der Apotheke. Normal. Eucerin. Genau. Ähm. Sonst kann sie gar nichts vertragen. Auch kein Waschmittel. Kein Putzmittel. Keine normale Seife. Also was. Ja. Da wird sie sich freuen, dass sie auch was abbekommt. Sie schminkt sich gar nicht. Aber. Sowas. Nehmt sie auch gerne. Und zwar. Also entweder das Vital Serum oder das Intensiv Serum hat man im Adventskalender. Und es kostet 22,95 Euro für 30 Milliliter. Ja. Ich weiß, das ist teuer. Und das ist gut. Und meine Schwester wird sich freuen. Das war die 5. Und die 6. Hier. Das geht echt nicht. Einfach so. Muss ich. So. Was steht da? Happy Nikolaus. Ja. Stimmt. Stimmt. Si. Giorgio Armani. Eine parfümierte Bodylotion. Körperlotion. Das ist toll. Die habe ich schon mal gehabt. Riecht fantastisch. Riecht wirklich fein. Giorgio Armani. Armani ist ja sowieso was Feines. Kostet 17 Euro für 75 Milliliter. Und. Ja. Kein Gutschein. Die Päckchen sind auch super süß. Alle so bemalt. Naja. Bedruckt. Nicht bemalt. Natürlich. Gut. Das war der Nikolaus. Jetzt die 7. Die 7. Hier. Darfst du nicht mitsuchen. Nö. Der Gattel schüttelt den Kopf. Und dann haben wir ein Bienenwachstuch. Ich habe neulich noch gesagt, dass das irgendwie... Ja, als ich klein war, da hatte man sowas tatsächlich. Da gab es noch keine Frischhaltefolie, Alufolie. Ne. Man hatte wirklich so Bienenwachstücher, um Käse, ein Stück Käse im Kühlschrank einzuwickeln. Und so weiter. Und man ging übrigens auch zum Tante-Emma-Laden mit seinen eigenen Gefäßen. Da wurde das reingepackt. Ähm. Ja. Man kann Bienenwachstücher natürlich super einfach selber auch machen. Wachsflüssig machen. Bienenwachs und Tuch drin trinken. Ich glaube, das ist sehr klein hier. Wie niedlich. Da sind Bienchen drauf. Ja. Die kann man dann x-mal benutzen. Natürlich nicht in die Waschmaschine, sondern einfach spülen. Ja. Ich werde es natürlich benutzen. Ähm. Ganz klar. Aber wie gesagt, wir brauchen auch gar keine Frischhaltefolie oder Alufolie. Normalerweise wollen wir alles in so Glasgefäßen aufbauen. Kann man immer, immer, immer wieder benutzen. Aber es ist eigentlich wirklich eine tolle Sache. So. Und jetzt kommen diese Läden ja wieder. So unverpackt Läden. Geht alles zurück zum Ursprung. Das ist schon nicht schlecht. Achso. Da gibt es auch 20% Rabatt auf der Seite bskin.de. Also bskin.de. Äh. 20% mit dem Code bskinx Brigitte. Mhm. Und dieses Stück kostet 4,50 Euro. Schön. Jetzt können wir das machen. Hätte ich jetzt gar nicht unbedingt im Adventskalender gebraucht. Aber naja. Christmas isn't a season, it's a feeling. Also Weihnachten ist keine Jahreszeit, sondern ein Gefühl. Falsch rum. Sieh. Ach. Das tut mir so leid, dass ich immer so schwitze. Ich bin die Frau, die früher nie schwitzen konnte. Ich habe mir immer gewünscht, ich könnte mal schwitzen. Gut. Jetzt kann ich. Make a wish. Steht hier drauf. Auf der 8. Ja, und ich empfinde es dann als sehr unangenehm. Mhm. Wenn man nicht alleine isst und dann schwitzt, aber es möchte ja nichts, ne? Und dann habe ich eine Naturseife. Oh, wie schön. Molke und Ziegenmilch. Das ist dann natürlich nicht vegan, wenn Ziegenmilch sind. Handgemacht im Kaltverfahren. Das ist schön. Ich liebe ja Stückseife. In sich liebe ich auch ein Stück Shampoo. Ein Stück Conditioner habe ich jetzt alles schon. Hm. Hm, die riecht aber fein. Da freue ich mich sehr drüber. Sehr, sehr. Powerstoff Molke. Ja. I had a wish. Oh, I had a wish. I had a wish. Ja, ich hatte mal den Wunsch, dass ich doch endlich mal schwitzen könnte. Habe ich mir immer gewünscht. Ja. Jetzt habe ich es. Ah ja. Es gibt vier verschiedene Sorten. Ich habe eben diese und dann gibt es diverse andere. Und. Aha. Jetzt kommen die Weihnachtssternen auf den Tisch. Oh, wie süß. 4,95 von Skineco.de. Und auch da gibt es 20% Rabatt mit dem Code Brigitte20. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass wir was verlosen mit diesem Adventskalender. Hm. Zeige ich euch dann gleich. Also, ich weiß nicht, welche Sorten das sind. Die anderen. Lavendel und Ziegenmilch und Molke und Ziegenmilch und kann ich nicht lesen und Ziegenmilch. Und die, die ich habe. Ne, ich habe die mit Molke. Genau. Und dann gibt es noch eine gelbe. Aktivkohle und Ziegenmilch. Ich bin sehr zufrieden mit Molke und Ziegenmilch. Hallo, Sammy. Du siehst auf dem Messer, Schatz. Hm. Ja. Schön, habe ich gesagt. 4,95. Ja. Und welche Nummer war das? Die 8. Jetzt müssen wir um den Sammy herum. Ich glaube, ich habe die 9 schon. Na ja, ich habe die 9 gesehen. Das heißt nicht, dass ich sie schon raus habe. So. Und da steht, make it a... Was? Make it a... December to remember. Make it a December to remember. Also, mach diesen Dezember so ein... Na ja, erinnere dich da dran. So. Zu einer Erinnerung. So heißt es. Wow, was ist das? La Rizie. Eau de Parfum. 119 steht da. La Rizie. Nie gesehen. 50ml. Ganz schwer. Sieht sehr schick aus. Hol mal raus. Der Gag ist ja, dass ich nicht... Entschuldigen. Nicht wie so ein normaler Mensch unter den Armen irgendwie schwitze. Nee. Da. Nicht grinsen da hinter der Kamera. Das macht es nicht besser. Sehr edel, ne? La Rizie. Jetzt muss man das jetzt mal aufpassen, dass ich nicht den Armkater ansprühe, ne? Oh ja, das riecht sehr gut. Ich weiß nicht, wannach. Es riecht gut. Ich kann das immer nicht beschreiben. Bin ganz schlecht im Düfte beschreiben. Es riecht frisch und ein bisschen fruchtig. Und wahrscheinlich steht jetzt da gleich, dass es ganz anders riecht. Aber das ist es, wie ich es empfinde. So, schauen wir mal. La Rizie. Duftzwillinge heißt es. Warum? Bietet über 250 individuelle Duftzwillinge an. Ach so. Duftzwillinge haben von der Zusammensetzung der Duftnoten gleiche oder ähnliche Bestandteile wie ihr bekannter Luxuszwilling. Ah, sind jedoch deutlich attraktiver. Preislich deutlich attraktiver. Alle Baffern sind sowohl vegan als auch tierversuchsfrei. Und diese 50ml kosten 19,95. Und was wäre das, das Pendant? Ich weiß nicht. Ach, das erfährt man vielleicht mit dem... Da ist ein QR-Code drin. Das werde ich mal gucken. 25% Rabatt mit dem Code Brigitte bei La Rizie. Okay, das ist eine Menge. 25%. Gültig bis 31.12. übrigens. Ein Duftzwilling. Die Box zumachen. Tja, mein Schatz. Vielleicht starten wir jetzt die anderen. Ne, dann kriegen wir die nie wieder da rein. Wir haben neulich so lange gepuzzelt, bis wir die wieder drin hatten. Die anderen. So, Popo wegschieben, Schatz. Ja, no. Du bist auf dem Kalender. Nee, du bist auf dem Kalender, du Raudi. Ich hätte die 11 hier schon. Ich könnte die 11 ja schon mal rausholen. Und dann schauen wir gleich nach der 10. Ich hoffe, alle sind einverstanden. Aber es ist... Ja, ärgere dich nicht. Ärgere dich nicht. So was. Also das jedenfalls die 11 und da steht drauf. Naughty is the new nice. Also umgezogen ist das neue nett. Und da ist von Alverde eine süße kleine Palette drin. Ganz niedlich. Ganz niedlich. Nummer 02, Fairy Nudes. Schön. Alverde ist ja Naturkosmetik, vegan, tierversuchsfrei und alles. Sehr hübsch. Ja, das war dann die Nummer 11. Und Mensch, du quietscht immer noch. Das wäre das schön, wenn wir so ein Öl hätten. So ein Kriechöl. Aber egal. So, die 11. Ja, da gibt es zwei zur Auswahl. 4,95 kostet das. Und das andere. Sieht ähnlich aus. Ja. Sieht ähnlich aus. Ich weiß nicht. Ja. Wie machen wir weiter? Hm? Sammy. Würdest du mich da vielleicht mal ranlassen? Hm? Ja, ja, ja. Du denkst auch, du bist hier das da. Und du bist ja auch das da. Das ist es ja. Hier ist da oben die 10. Rechts oben. Hier? Nein. Hier? Oben. Was ist für dich oben? Dein oben? Dein oben. Mein oben. Dein oben ist hier oben. Ach so. Das ist die 10. Das ist doch bestimmt die 24. Nee, da ist die 10. Ein Riesenteil. Ach Sammy, das tut mir so leid. Aber wenn ich den Adventskalender nach links lege, dann würde sie trotzdem drauf liegen. Da ist eine große Tube von Kneipp Aromapflegedusche drin. Genieß dein Zuhause. Kakao und Pekanuss. Schön. Die mag ich sehr gerne, diese Duschen. Duschen. Und hier steht. Ups. Truf da ein Schokokeks. Ja, aber nicht nach mir. Aber nicht nach mir. Ich mag Schokokeks. Das war Naughty. So, jetzt haben wir 10 und 11. Ich muss ja noch was zu dem Duschgel sagen. Das ist 3,99 für 200 Milliliter. Und es gibt 15% Rabatt auf Kneipp mit dem Code BrigitteXmas. Brigitte-Xmas. Jetzt wäre die 12. Jawohl. Ich schenke dir einen Stern. Gerne. Aber wahrscheinlich ist da gar kein Stern drin. Das geht nicht auf. Was ist denn das für ein Schachtel? Das ist was für meine Schwester. Da, Hyaluron-Filler von Euzerin. Das ist die andere Marke, die sie nehmen kann. Zack. Das kostet 12 Euro für die 20 Milliliter. Ja. Und ist eben von Euzerin. Diese beiden Marken, die sind eben super Haar-neutral. Und ja, sie kann es eben einfach vertragen. Warum auch immer. Das ist eine ganz arme Socke. Die kann wirklich so vieles nicht vertragen. Da habe ich echt Glück. Ich kann eigentlich alles vertragen. Außer CD-Seife. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Nee. Und? Und Palmolive-Geschirrspülmittel. Mehr wüsste ich nicht. Alles andere vertrage ich. So, das war die 12, dann die 13. Da unten. Da steht drauf. Coffee and Christmas Music. Kaffee, Tee und Weihnachtsmusik. Bald fangen meine Mama und ich an mit Weihnachtsliedern. Bald. Also, spätestens Ende November. Sie wird am liebsten erst Mitte Dezember anfangen. Aber ich habe gesagt, nee, fangt früher an. So, hier haben wir, also, die habe ich schon mal gehabt. Die war gut. Fair Organic Vegan Age Protect Nährende Creme. Avocado Hyaluron Made in Germany. Und wie heißt die? I und I plus M heißt die Firma. I plus M. Ich weiß nicht. Ich benutze ja momentan tatsächlich nur zum Abschwenken Skinnatur und das Retinol Serum von Skinnatur und die Hyaluron Creme von Skinnatur. Wunderbar. Wirklich wunderbar. Wohlene Augencreme nehme ich noch separat. Ja. Sehr schön. Ich werde euch dann demnächst nach dem Langzeit-Test zeigen, wie es war. Oder wie es ist. So. Schenken Sie Freude mit einem Brigitte-Box-Geschenkgutschein. Nö. Beauty Love The Natural Box. 10% Rabatt. Warenwert über 155 Euro. Sichere dir die Box mit einem Willkommensrabatt für 29,95 statt 39,95. Ach ja. Ach ja, das ist die Naturkosmetik von Brigitte. Ja. So. Jetzt sind wir bei I plus M Naturkosmetik. Nährende Creme. 19,50 Euro für 30 Milliliter. Und auch hier ist ein Rabattcode Pinkbox20 bei der Seite iplusm.berlin. Gut. Ich habe jetzt noch mal vergessen. 13. Jetzt die 14. Ach, hier oben. Ich nehme lieber das Messer wieder. Ich kann das nicht. Also normalerweise ist das für dich unten. Unten ist unten. Ja, aber da die alle auf dem Kopf stehen jetzt für mich, ist das für mich unten. Ich weiß nicht. Dann drehe ich doch einfach um. Das sehen Sie nicht auf dem Kopf. Nein. Ach ja, hier steht. Die Weltplan für Weihnachten. Besonders viele Plätzchen für alle Freunde backen. Je dicker die werden, desto schlanker sehe ich aus. Das ist eine ganz neue, ganz, ganz neue Logik. Ganz neue Spruch. Ah, ein Batiste Trocken Shampoo. Volumen Shampoo. Gibt dem Haar traumhaftes Volumen. Ich liebe die Batiste Trocken Shampoos. Meine Haar sind, ich will es ja auch so, immer sehr, sehr weich. Und damit ich ein bisschen Griff dran bekomme, ein bisschen Trocken Shampoo drauf. Ja. Ist das logisch? Ich weiß nicht. Für mich schon. So, das kleine Ding kostet 1,99 Euro. Ja, kein Kof. Dann, das war die 14, jetzt die 15. Das ist das große Teil hier. Ein großes Teil. Und da steht, meet me under the mistletoe, bring wine. Triff mich unter dem Mistletoe und bring wine mit. Nicht für mich. Ich nehme dann immer noch den Tee. Und was bist du? Ein Täschchen. Oh, wie süß. I love makeup steht drauf. Ein jute Kosmetik-Täschchen mit Reißverschluss. Ah ja, das ist niedlich. Nehme ich. Das nehme ich. So. Soll ich jetzt mal grad zeigen, was es zu gewinnen gibt für jemanden, der es gerne haben möchte? Ich hol's mal rüber und zeig's mal grad. Also, es ist diese süße Palette. Snow Glow von I Love Revolution. I Heart Revolution heißt es, ne? Mit diesem schönen Glitzer. Wie süß. Und hier hinten drauf kann man sehen, welche Farben da drin sind in der Palette. Kann man's sehen? Ja. Die ist natürlich nochmal unbenutzt. Ich lass sie jetzt auch zu, deswegen. Und dann noch diese ganzen Masken. Also eine Kneipp Honigmaske. Dann die Hündchen Sheet Maske. Dann diese, ich glaub das ist die Selfie, ne? Nee, Jetlag Maske. Dann hier die Facial Sheet Maske. Wär halt nur Panda oder sowas, ne? Und ein Tierchen. Dann hier diese von Disney Princess. Und die von Garnier. Hydro Bomb Tuchmaske. Und noch von Garnier. Schwarze Tuchmaske mit Bambusgedöns. Das alles kann einer gewinnen, der es gerne haben möchte. So. Das ist das. Das liegt wieder an die Sanite. Und wir waren bei, jetzt kommt die 16, richtig? Richtig. Da haben wir also. A Plätzchen a day keeps the Weihnachtsstress away. Hm. Ein Plätzchen am Tag. Das war nicht ganz englisch, ne? Ein Plätzchen am Tag hält den Weihnachtsstress ab. Hm. Kenn ich nicht. Lindeza Save the Bees. Klassik. Hautschutz und Pflegecreme mit Bienenwachs. Gut, das ist dann natürlich nicht vegan, klar. Hände schützen und pflegen. Bienen schützen und retten. Das ist gut. Wir haben auch im Garten ganz viele Insektenhotels. Und fünf Futterstationen für all die Vögel. Wir füttern natürlich ganz jährig. Und für die Katzen ist das wirklich so Kino. Ja. Lindeza Save the Bees. Klassik. Süß. Ich weiß nicht wohin. Hier vielleicht. Zu dem Bienenwachstuch. Bienenwachstuch. Da haben wir. 3,80 Euro für 50 Milliliter. Das geht ja. Und hier steht drin. 15 sei ein Überraschungsprodukt. Hatten wir die 15? Hatten wir die 15? Das können Matt Maskey, Eye Cream. Die Kosmetiktasche. Achso. Achso. Die steht ohne Preis hier. Es hätte sein können. Augry Organics Aloe Vera Gel für 13,90 Euro. Oder Matt Maskey Sleep Repair Mask für 15 Euro. Oder GRN Eye Cream Almond and Olive für 12,95 Euro. Oder Ballade en Provence Solid Night Cream für 25,90 Euro. Oder die nachhaltige Kosmetiktasche. Ich sag jetzt nicht, was mein Mann dafür ein Zeichen gemacht hat. Ja, dann mach das vor der Kamera. Ja, so gemacht. Nur noch drastischer. Ja. Das ist aber jetzt mein Zeichen und das ist nachhaltig. So. Aber ich hätte auch lieber ein anderes Produkt gehabt. Sag ich ganz ehrlich. 17? 17? Wie bist du denn hier? Habe ich schon gesagt, dass ich mit meiner Mama jeden Nachmittag singe? Ich glaube wirklich, das hat sie am Leben erhalten über diese Zeit hinweg. Denn sie liebt ja mit Leuten in Kontakt zu sein. Und das ging ja jetzt alles nicht so. Hier steht Prosecco, ho, ho, ho. Und ich weiß gar nicht, wie mir die spontane Idee kam, mit ihr zu singen. Und übrigens, ja, wir singen ja nur alte Volkslieder, alte Kölschelieder und ganz paar uralte Schlager, so 20er Jahre. Ja. Alles, was ab 1970 ist, ist modern, ist neu. Geht nicht. Das ist gar nicht meine Art von Musik jetzt. Überhaupt gar, gar nicht. Ich meine, vorher als Kind haben wir natürlich immer sowas gesungen. Logisch, deshalb kenne ich die Sachen auch weitestgehend. Aber ich selber höre eigentlich ganz, ganz, ganz anderes. Also ich bin mehr so für Heavy Metal und Hard Rock und ja, macht auch solche Sachen. Aber was tut man nicht alles für seine Mama, ne? Und wenn ich dann ihre Freude höre und ihren Stolz. Also ihr kennt wirklich mindestens 500 Lieder. Ich mache mal so Strichlisten und das ist unfassbar. So, hier haben wir aber eine ganz tolle Maske Leave Me On Winter Mask. Ach, die habe ich schon im anderen Kalender auch gehabt. Das ist aber sehr schön. Von Mud Maskey. Ich liebe diese Maske. Die sind so schön. Das war wieder mal der Ausflug zu Mama. 39 Euro für 40 Milliliter. Der erste Schritt zu einer zarten gepflegten Haut. Ja, ich bleibe aber jetzt bei Skin Natur. Bin echt zufrieden. Wirklich. Sehr, sehr froh, dass ich das testen durfte. Jetzt die 18. Na? Da. Ich nehme direkt am besten das mit, ne? Gucken, wo die Öffnung ist. Nirgendwo. Da unten. Und da haben wir. Aufgrund von, wir schenken uns aber echt nichts, muss ich noch ein paar, das wäre doch nicht nötig gewesen, besorgen. Hm, da ist was dran, ne? Aber wir schenken uns echt nichts, das ist wirklich wahr. Ah, noch ein Armbändchen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Aber ich habe schon. Naja, ich sage jetzt nichts, weiß ja nicht, wer zuguckt. So, ein ganz süßes Armbändchen mit einem kleinen Kleeblatt von hinten dran. Ähm, das kostet 33 Euro von gagandlou.com. Ja. Die haben offenbar ganz viele verschiedene Armbändchen, aber wir haben dieses Glieder-Armbändchen. Ich denke mir, das ist auch das, was in jedem Adventskalender drin ist. So sieht es jedenfalls aus. So, dann die 19. Oh, die ist hier oben. Na, Sammy, kommst du wieder? Hm? Ja, dann komm. Steht hier was? Ach ja, da ist ein Geschenkanhänger dran. Von, für und von. Das geht nicht auf. Nö. Vielleicht, weil ich an der falschen Seite ziehe. Da brauchst du gar nicht grinsen. So. Was ist es? Cura Prox Biu. Oder Cura Prox I don't know. Und was passiert ihr so? Ich muss es mal aufmachen. Das ist niedlich. Ich könnte ja ins Heft hingucken, ne? Das geht nicht auf. Nee. Das geht nicht auf. Ich will das aber nicht kaputt machen. Da ist so ein kleiner Doppelknoten drin, was ich sehr gemein finde. Was steht denn da? Zahnpasta. Ach, das ist Zahnpasta. Ah. Zahnpasta für jede Stimmung. Ah. Das ist ja putzig. Was steht hier drauf? Peach and Apricot and Watermelon. Oh, wie süß. Ja, da freue ich mich aber. Also, ich hatte ja eine Zeit lang die Kokos-Zahncreme. Anfangs dachte ich, oh, wie toll, mein anderer Geschmack. Nicht immer Mint. Aber je länger ich die brauchte, ich musste immer öfter die Mint-Zahncreme nehmen, weil mir wurde langsam schlecht von dem Kokos. Aber ich habe sie tapfer bis zum Ende aufgebaut. Das hat dann natürlich lange gedauert. Ich habe sie aufgebaut. War dann gar nicht so meins im Nachhinein. So, was haben wir hier? Sanftes Whitening. Ich denke, Whitening ist nicht gut für die Zähne. Aber, naja, die kleinen Dinge. So, hier sind also drin. Zweimal zehn Milliliter und ein Bürstenkopf. Ein Bürstenkopf. Erleben Sie den Unterschied mit den weichen Bürsten, mit den weichen Borsten von Pure Ren Verspricht der Ersatzbürstenkopf der Hydrosonic Easy eine effiziente und sanfte Zahnreinigung. Das bestimmt, ja, ich weiß nicht, passt die bei uns. Also wir haben ja so eine Philips Sonic. Ich weiß nicht, ob das da drauf passt. Da ist so. Es kostet jedenfalls 12,25 Euro, dieses kleine Säckchen da. Kann sein, wenn es Sonic ist, muss man ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das so ein Sonic ist. Also die sieht so ähnlich aus, jedenfalls diese Zahnbürsten da. Aber die sehen ja irgendwie alle ähnlich aus. Wir werden sehen. Sonst müssen wir rund fragen, wer so eine hat. Wenn das nicht. Ne, das ist falsch. So, 19. Jetzt sind wir schon bei 20. Werden wir die denn finden? Also ich. 23. Na? Da. 20. Da steht, Sparkle and Shine is Christmastime. Also Glänze und Glitzer. Ja, Glitzerreise ist Weihnachten. Wow. Nail Repair Microcell. Ich habe aber gar nichts zu repälen. Kräftige Nail in zwei bis drei Wochen. Nagelhaut mit Fettkörper schützen. Also, jetzt mal ehrlich, das sind meine eigenen Fingernägel. Was sollte da noch zu kräftigen werden? Sein? Also, es ist ein kräftigen des Zeugs. Microcell Nail Repair. 13,50 Euro von microcell.de. SOS Hilfe bei brüchigen Fingernägeln. Tja. Kuranländern von zwei bis drei Wochen wirken die Fingernägel fester und widerstandsfähiger. Ja, das wird irgendwie weiter wandern. Da habe ich echt Glück. Also meine Fingernägel, die sind stark. 21, wir nähern uns schon. Just, achso, da rumsteht auch was. All I want for Christmas is you. Just kidding, I want wine. Nein, nein. Lieber Tee. Also, alles, was ich zu Weihnachten haben möchte, das bist du. Nein, ich mache nur Spaß. Ich will Wein, steht da noch drunter. Möchte ich aber nicht. Ah, noch ein Cognac-Gesichtsschwamm. Habe ich auch schon bei der Pink, bei dem Pink Adventskalender, Pink Box Adventskalender. Aber die verbrauchen sicher. Das kann man auf jeden Fall. Ein Cognac-Schwamm. Ich muss jetzt auch gucken, was das sozusagen gibt. Der kostet 12,90 Euro von vollleinb.de. Das ist echt spannend, wenn man das nicht so findet. Da ist die 24. Hier? Da. Ach, komm doch. Und hier steht drauf, Santa, I've been nice this year. Muss man ankreuzen. Oder, okay, most of the time. Oder, once in a while. Oder, never mind, I'll buy my own presents. Also, Nikolaus oder Weihnachtsmann. Ich war, ich war gut dieses Jahr. Na gut, die meiste Zeit. Na ja, einmal. Ab und zu mal. Und dann? Macht ihr nichts draus? Ich kaufe mir selber meine Geschenke. Louis Whitmer. Louis Whitmer. Rich Night Cream. Nachtpflege. Hohe Wirkstoffkonzentration. Also, den Namen Louis Whitmer hatte ich schon mal gesehen. Aber die Creme, die kenne ich nicht. Ach ja, die kenne ich nicht. Meine Mama, wenn ich ein Lied vorschlage oder eine Strophe, wir machen ja Liederraten, wo sie denkt, die kenne ich nicht, dann sagt sie, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Und dann sage ich dann schon mal, warte ab. Du kennst das. Ach ja, sie schon. Und wenn dann ein Lied kommt, was sie nicht mag, dann sagt sie, mh. Und das sehe ich durchs Telefon, wie sie die Augen verdreht. Okay, Louis Whitmer. Rich Night Cream. 7,90 Euro. Glatte und straffere Haut. Ah. Und dann die 23. Ich hätte die eben gesehen. Ich habe die bestimmt eben gesehen, ne? So. Ho, ho, ho. Für und von. Zwei Anhänger. Aber wenn ich die da rausschneide, die Anhänger, dann habe ich ja ein kaputtes. Ah. Von Bella Pierre Cosmetics. Ein sehr schick an Lippenstift. Ah, das ist aber ein schönes Rosen. Schöne Farbe. Das wird ich jetzt mal vergleichen mit meinen. Es ist ja nicht so, als hätte ich nur einen Lippenstift. Könnten auch zwei oder drei sein. Oder so. Oder ein paar mehr. Ich habe echt viele Lippenstifte. Aber ich liebe sie. So. Da steht er. 19 Euro. Der Mineral Lipstick. Oder Kiss Proof Lip Cream. 16 Euro. Und ich habe den Mineral Lipstick. Für 19 Euro. Mit natürlichem Wachsen. Und Vitaminen. Lang anhaltende. Nährende Farbe. Das ist ja schön. Aha. Der Kiss Proof Lip Cream wäre natürlich kussfest. Auch schön. Na komm. Wir sind jetzt gleich durch. Jetzt kommt nur noch die 24. Du kannst dich jetzt ruhig drauflegen, mein Schatz. Hm? Verleg dich. Und hier steht Merry Christmas. Ja. Christmas. Ne? Und ich habe schon gesehen, was drin ist. Barbo Ampullen. Ich liebe Barbo Ampullen. Minimal Effort Maximum Results. Also minimaler Einsatz und Maximum Ergebnis. Ja, feiner Kater. Das sind die tollen Barbo Ampullen. Die feinen. Die guten. Mit die allerbesten überhaupt. Und dieses Set kostet 15,28 Euro. Beauty Rescue, Lift Express und Perfect Glow. Toll. Und dann ist hier noch Rabatt für My Surprise. Und da gibt es 5 Euro Rabatt. Und für die Black Box Man, 8 Euro teuer Rabatt. Ja. Gut. Was haben wir da? Auch ganz schöne Mischung. Mhm. Ja. Das ein oder andere ist jetzt nicht sowas für mich. Aber da werden wir jemanden für finden. Für meine Schwester zwei Teile. Meine Schwägerin freut sich bestimmt auch über das ein oder andere. Hm? Hm? Sammy. Okay, ihr Lieben. Das war also die Brigitte Kalender Box. Nein. Der Brigitte Adventskalender. Ich hoffe, ihr hattet Geduld. Denkt dran, es gibt was zu gewinnen. Ich hab's euch gezeigt. Ja. Die Bedingungen schreib ich wieder unten rein. In die Infobox. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute. Ist eins umgefallen. Und bleibt gesund. Bleibt vernünftig. Dann kommen wir alle durch diese blöde Corona-Zeit. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.